Willkommen bei Banken in die Schranken. Mein Name ist Manfred Gotthalmseder. Ich bin Co-Initiator dieses Volksbegehrens und ich möchte Ihnen unsere Anliegen kurz vorstellen. Das Ganze soll in einer dreiteiligen Videoserie geschehen. Wir befinden uns jetzt im ersten Teil. Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Autor und AHS-Lehrer und als Autor habe ich ein Buch über die stille Revolution geschrieben. Das betrifft die Themen unserer Zeit, die sich in Umbruch befinden. Innerhalb der Recherchen kam ich zur Erkenntnis, dass es zu unserem Umbruch im Geldsystem sehr viele alternative Stellungnahmen gibt, die von den Massenmedien überhört werden. Ich habe dann eine Plattform gegründet mit über 50 Geldsystemkritikern, um denen eine Stimme zu verleihen und habe dann ausgehend von dieser Plattform mit denen dort einige tausend Seiten lange Diskussion geführt. Ich war da als Moderator tätig und aus diesen Diskussionen ist dann letzten Endes das Konzept für Banken in die Schranken hervorgegangen. Ja, was ist die Motivation für dieses Volksbegehren? Das soll uns als erstes beschäftigen. Dann die Definition einer idealen Wirtschaft. Wo wollen wir überhaupt hin? Dann soll uns die aktuelle Lage beschäftigen. Die Forderungen der Finanzelite übersteigen, das real erwirtschaftete. Was heißt denn das? Dann sollen uns im zweiten Video die nötigen Maßnahmen in der Geldordnung beschäftigen. Wir treten dafür eine Zweitwährung ein, die für den Fall, dass der Eurokracht uns zur Verfügung steht, also die jetzt schon aufgebaut wird. Und dann wollen wir die nötigen Maßnahmen am Anlagemarkt behandeln. Da treten wir dafür ein, dass die Ressourcen nicht von einer Geldelite aufgekauft werden können, von der dann die gesamte reale Wirtschaft immer mehr abhängig wird. Ja, beginnen wir mit dem ersten Thema. Motivation. Warum ist denn so ein Volksbegehren überhaupt notwendig? Das ist notwendig geworden, weil aus unserer Sicht die Staaten völlig versäumt haben, Behörden einzurichten, welche sich den Fragen um den sinnvollen Aufbau der Geldordnung widmen. Das ist natürlich nicht zufällig so passiert, sondern das resultiert aus einer ursprünglichen Annahme, dass die Geldordnung etwas ist, was diesen Gesetzen des freien Marktes unterliegen soll und da soll sich der Staat nicht einmischen. Jetzt haben wir diese Behörden nicht, um dieses System zu kontrollieren und so werden heute Verträge wie der europäische Stabilitätsmechanismus von den Banken selbst aufgesetzt. Das heißt, die Banken selbst sollen die Verträge aufsetzen, durch die sie dann kontrolliert werden, einfach weil es innerhalb des Staates keine Behörden gibt, die solche Verträge überhaupt aufsetzen können, die überhaupt mit Experten ausgestattet sind, die sich zutrauen, solche Verträge aufzusetzen. Und so entartet dieses System immer mehr. Das sieht man zum Beispiel am Trading im Mikrosekundentakt. Dieser elektronische Handel von Wertpapieren, der entzieht sich schon langsam jeglicher Kontrolle. Es wird jetzt sogar ein Datenkabel von Europa nach New York ein neues gelegt, damit man sozusagen einige Mikrosekunden noch schneller traden kann zwischen Europa und New York. Das rentiert sich. Da muss man sich also wundern, wie sich sowas überhaupt rechnen kann. Ja, wir sind nicht die Einzigen, die da irgendwie vor einem System stehen, das entartet und nicht recht wissen, wen sie da ansprechen sollen. Diese ganzen, wenn man so will, vielleicht selbsternannten, die da irgendwelche Bücher veröffentlichen, Regionalwährungen rausbringen, die da also auf dieser Seite www.geldmitsystemsichvereinen, die mögen ja vielen Suspekt erscheinen. Aber was ist mit unseren Universitätsprofessoren? 172 Universitätsprofessoren haben gemeinsam ein Schreiben aufgesetzt und unterschrieben, indem sie die Regierung darum bitten, dass sie nicht die Haftung übernehmen sollen für die Bankschulden. Die Bankschulden steht drin, sind fast dreimal so groß wie die Staatsschulden, die Steuerzahler, Rentner und Sparer dürfen für die Absicherung dieser Schulden nicht in Haftung genommen werden. Nur eine Gruppe, so schreiben sie weiter, gibt es, die die Lasten tragen sollte und auch das kann und das sind die Gläubiger selbst. Es geht auch 172 Universitätsprofessoren nicht anders als uns vom Volksbegehren. Sie haben keinen Ansprechpartner und ein Volksbegehren, wenn es denn genügend Unterschriften erhält, zwingt nun die Regierung einen Ansprechpartner zu bilden. Ja, das ist einmal die Motivation für das Volksbegehren. Nun kommen wir zu unserer ersten Definition, nämlich der Definition einer fairen Wirtschaft. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Stellen wir uns für diese Definition einen Topf vor, in dem jedes Mitglied des Wirtschaftsraumes seine Leistung einbringt. Man könnte sagen, in diesem Topf befindet sich dann das Bruttoinlandsprodukt. Wir müssen aber noch dazu rechnen, dass in solchen Topf auch Leistungen reinfließen, wie die einer Mutter oder die Leistungen bei freiwilligen Vereinen etc. Eine faire Wirtschaft ist nun dann gegeben, wenn jeder über seine Lebensspanne hinweg, also Kindheit und Alter eingeschlossen, aus dem Topf etwas so viel entnehmen kann, wie er in diesen Topf eingebracht hat. Das heißt, wir definieren die faire Wirtschaft nicht mit Geld oder sonst was, sondern wir definieren sie einmal an der Leistung. Und nun können wir fragen, ist das mit unserer heutigen Geldordnung so gegeben? Und da müssen wir doch irgendwie feststellen, dass es auch so etwas wie leistungslose Einkommen gibt. Und das widerspricht ja jetzt dieser Idee der fairen Wirtschaft. Weil wenn jetzt irgendwer aus dem Topf etwas herauskaufen kann, in einer Art, wo er gar keine Leistung in den Topf eingebracht hat, dann muss man sich fragen, wie das dann aussieht für andere, die zu diesem Topf kommen und ihre Leistung herausholen wollen. Nehmen wir zum Beispiel einen Milliardär. Ein Milliardär hat ungefähr das tausendfache meines Lebenseinkommens. Er kann also mit seinen Milliarden das tausendfache aus dem Topf herausnehmen. Und das heißt, dass natürlich sehr viele Leute in diesen Topf Leistungen einbringen müssen, um dem Milliardär zu ermöglichen, sie herauszunehmen. Und diese Leute finden dann alle, wenn sie ihre Leistungen herausnehmen wollen aus dem Topf, diesen Topf leer vor. Und wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass Geld eben nicht arbeitet. Ja, schauen wir einmal, wie das mit dieser Umverteilung heute ist. Die Umverteilung der Vermögen habe ich jetzt hier nur Statistiken aus Deutschland. Aber das schaut in Österreich ganz ähnlich aus. Wir würden uns also bei so einer fairen Wirtschaft vorstellen, dass es leistungsfähigere Menschen gibt, die haben dann zum Beispiel eben das Fünffache oder das Zehnfache geleistet und dann gibt es leistungsärmere Menschen, die eben in ihrer Leistung zurückliegen. Und zwischen denen würden wir uns jetzt vorstellen, ergibt sich eben auch eine Vermögenskluft, die sich linear, wenn man die Bevölkerung in Zehner-Einheiten einteilt, die sich eben da linear von den Ärmsten zu den Reichsten aufbaut. In Wirklichkeit stehen wir aber vor der Situation einer Verteilungskurve und diese Statistik hier zeigt 1990, da sehen wir, dass diese Kurve schon relativ extrem zugunsten des Vermögensten Zehntels ist. Das Vermögenste Zehntel besitzt nicht etwa das Fünffache des Nichtvermögensten, sondern das Hundertfache. Das kapitalstarke Zehntel erhält dann auch mehr Kapitalertrag und das heißt, dass seine Vermögen schneller an Zuwachs gewinnen werden. Sehen wir uns jetzt die Situation 17 Jahre später an, dann können wir erkennen, dass das reichste Zehntel eben enorme Vermögenszuwächse verzeichnen konnte und die ärmere Hälfte der Bevölkerung, die hat nun so gut wie gar keine Vermögen mehr. Das könnte man als Leben von der Hand in den Mund bezeichnen. Es bleibt sozusagen von dem Monatsgehalt nichts über, er wird vollständig verbraucht. Aber auch innerhalb der reicheren Hälfte der Bevölkerung ist das Vermögen sehr ungleich verteilt und nun stellt sich die Frage, wie kommt denn das? Eine Antwort liefert uns Helmut Kreuz mit seinen Studien zu dieser Sache und er spricht von dem Einfluss versteckter Zinslasten. Nun, was sind jetzt versteckte Zinslasten? Versteckte Zinslasten liegen zum Beispiel auf unserem Konsum, auf unseren Ausgaben. Ausgaben, das sind nicht nur die Dinge, die wir essen und konsumieren, sondern es gehört natürlich auch der Wohnbau dazu. Das ist auch eine Art von Konsum, wer einen Wohnraum selbst erworben hat, der wird feststellen mit zwei Drittel Fremdkapital nach einem Kreditzeitraum von 25 Jahren oder so feststellen, dass man dieses Gebäude, das man da vielleicht abzahlt, zweimal abzahlt, einmal den Baumeister und einmal der Bank. Das bedeutet, man hat etwa 100% versteckte Zinslast oder in dem Fall weniger versteckte Zinslast bezahlt. Auch andere Produkte, nicht nur Häuser, werden von Unternehmen hergestellt, die sehr stark auf Kredite angewiesen sind und deshalb diese Zinslasten auf ihre Warenpreise aufschlagen müssen. Helmut Kreutz hat errechnet, dass auf den Warenpreisen etwa 34,8% versteckte Zinslasten liegen und er hat dann, diese Statistiken betreffen Deutschland, er hat dann diese Bevölkerung in Haushaltsgruppen eingeteilt von den Ärmsten zu den Reichen und hat dann einmal in diesen grauen Balken dargestellt, was ist der Konsum der reichsten Haushaltsgruppe gegenüber der Ärmsten Haushaltsgruppe. Und jetzt können wir also von diesem Konsum die 34,8% versteckten Zinslasten einzeichnen, das sind die schwarzen Säulen, die sich hier ergeben, also die sind immer ein Drittel von den grauen Säulen in ihrer Höhe. Und dann müssen wir fragen, wo landen denn diese Zinslasten als Zinsertrag? Nun, die landen als Zinsertrag nur bei der reicheren Hälfte der Bevölkerung, wobei hier auch eine sehr ungleiche Verteilung stattfindet und wir können sehen, dass das reichste Zehntel, das sind jetzt die weißen Säulen, Zinserträge hat, die sogar noch dessen Konsum überschreiten. Was sind Zinserträge? Zinserträge sind leistungslose Einkommen, das heißt, dieses reichste Zehntel der Bevölkerung, selbst wenn sie gar nicht mehr arbeiten würden, hat mehr leistungslose Einkommen, als es durch Konsum ausgeben kann. Ja, eine solche Systematik, ein solches System führt natürlich dann zu Umverteilung, das heißt, die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher und das führt natürlich bei den einen zu immer mehr zunehmenden Vermögen und bei den anderen zu zunehmenden Schulden. Wir haben hier jetzt endlich eine Statistik aus Österreich, wir werden uns dann im Vergleich die deutsche dazu anschauen und wir sehen, dass die Vermögen überwiegend privat gemacht werden, das ist die blaue Kurve und wir sehen, dass die Schulden überwiegend von Unternehmen gemacht werden. Diese Kurven, die gibt es auch für kapitalistische Staaten, die keine Staatsschulden haben, wie die Schweiz oder Schweden. Auch sie haben steigende Schulden und steigende Vermögen, nur liegen diese halt nicht beim Staat, sondern nur bei den Unternehmen und bei den Privaten. Das heißt, dieses Eckchen da vom Staat, das fehlt dann bei deren Statistik. Das ändert aber nichts daran, dass auch dort der einzelne Bürger versteckte Zinslasten zu tragen hat und dass auch dort diese Art von Umverteilung ständig stattfindet. Schauen wir uns diese Statistik jetzt einmal für Deutschland an. Ein bisschen eine andere Darstellung. Wir sehen wieder diese Spiegelbildlichkeit von Geldvermögen und Schulden, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden. Und wir sehen da auch eingezeichnet das BIP, Bruttoinlandsprodukt, war zuerst in der Grafik auch drin von Österreich und sehen, dass dieses Bruttoinlandsprodukt nicht eine solche Wachstumskurve verzeichnet, die immer mehr beschleunigt, sondern das Bruttoinlandsprodukt, das wächst relativ linear. Warum ergibt sich diese ganze Symmetrie? Die ergibt sich, weil an sich jedem Schuldner auch ein Gläubiger gegenübersteht und der kann also das, was der andere an Schulden hat, für sich als Geldvermögen bezeichnen. Schauen wir uns das jetzt in der nächsten Statistik einmal extra herausgearbeitet an. Wir haben 1980 ein Anlagevermögen, das so groß ist wie das Bruttosozialprodukt. Ein Jahrzehnt später, 1990, ist das Anlagevermögen schon doppelt so groß. Zwei Jahrzehnte später hat es sich gegenüber dem Bruttosozialprodukt schon vervierfacht. Was bedeutet denn das? Das bedeutet, dass die Geldanleger viermal so viele Forderungen haben, wie die Wirtschaft überhaupt an Leistung erbringt. Und nun kann man sich natürlich fragen, wie kann denn jemand Forderungen haben, mehr als Leistung erbracht wurde? Nun, in unserem Finanzsektor ist das möglich. Dort können also Forderungen generiert werden, ohne Realwirtschaft Leistung zu erbringen. Und das ist tatsächlich nur im Finanzsektor möglich, weil ein realwirtschaftliches Unternehmen, das kann immer nur die Menge an Geld einnehmen und an Leistung fordern, Geldleistung fordern, als es auch an realer Leistung verkauft hat. Ja, wie kann so ein Finanzsektor aus dem Rahmen geraten? Schauen wir uns dazu die nächste Grafik an. Wir können uns hier die Realwirtschaft als etwas vorstellen, wo zwischen Produzenten und Konsumenten ein Handelskreislauf entsteht. Und demgegenüber steht eben ein Geldanlagesektor, ein Finanzsektor. Und dort geht es darum, Gelder anzulegen, ohne dass dort eine Produktion oder eine Konsumation stattfinden würde. Die Handelsgüter dieses Sektors sind eben Sparbücher, Energie bzw. Verträge auf Energie, auf Land, auf Rohstoffe, auf Devisen und dann auch Firmeninfrastruktur, die durch Aktien aufgekauft wird. Wir können uns jetzt fragen, was wird dann dort gehandelt, weil ja hier auch so ein Geldzirkel dargestellt wird. Nun, diese Dinge werden untereinander gehandelt. Und tatsächlich werden ja die meisten Aktien nicht von Unternehmen gekauft, die sie emittieren. Das geschieht nur bei der Emission einer Aktie. Also da fließt dann wirklich Geld vom Geldanlagemarkt in die Realwirtschaft zurück. Das ist aber eher seltener Fall, sondern Aktien bestehen meistens schon 10, 20 Jahre und werden immer wieder weiter gehandelt. Davon hat die Realwirtschaft nichts mehr. Schauen wir uns jetzt die Pfeile an, die da also zwischen diesen zwei Märkten liegen. Zum einen könnte es ja einmal sein, dass ein Sparer seine Sparvermögen verkonsumiert, also wieder dem Konsum zuführt, sich entspart. Dann haben wir also einen Pfeil durch Konsum an die Realwirtschaft fließt dann Geld. Bei Aktienemissionen, habe ich schon erwähnt, fließt Geld an die Realwirtschaft. Und dann gibt es auch noch die Kreditvergabe der Banken, durch die Geld in die Realwirtschaft wandert. Dann gibt es die umgekehrte Entwicklung. Es gibt eben auch Geldströme von der Realwirtschaft in den Finanzsektor. Das sind nun die Zinslasten, die Pacht und die Dividenden. Und dann gibt es eben auch Preiserpressung am Rohstoffmarkt. Wie ist das zu verstehen? Das ist so zu verstehen, ein Spekulant, der kann sich aussuchen, wann er kauft, was er kauft und wie viel er kauft. Der kann sagen, okay ich und meine Verbündeten, wir setzen dieses Monat auf Lithium, dann wird Lithium vom Markt aufgekauft. Der Produzent, zum Beispiel jemand, der Akkumulatoren produziert, der kann sich nicht aussuchen, wann und wie viel Lithium er kauft. Er muss es regelmäßig zu kaufen, um die Produktion aufrecht zu erhalten und damit muss er die erhöhten Preise zahlen. Vieles, was wir als Spekulationsblase erleben, platzt nicht, sondern führt nur dazu, dass die Realwirtschaft irgendwann die überhöhten Preise annimmt und in dem Moment ist sozusagen die Blase, die da künstlich gebildet wird, realisiert und die Erträge der Finanzjongleure sind in ihre Taschen gewandert. Schauen wir jetzt einmal die Situation einige Jahrzehnte später an. Ich habe diese erste Grafik so ein bisschen im Sinne der 70er Jahre gezeichnet, wo es eben diesen Anlagemarkt schon gab, aber wo er nicht die Realwirtschaft dominiert hat. Heute sieht die Sache etwa so aus. Ein Großteil der Gelder kreist in diesem Finanz- bzw. Ressourcenmarkt, macht dort eine riesen Blase. Es wird also zwischen allen möglichen Anlageprodukten hin und her gehandelt. Die Pfeile von der Realwirtschaft zu diesem Finanzsektor haben sich etwas verdickt. Also es gibt jetzt da dickere Ströme und fettere Ströme an Geld hinein in diesen Finanzsektor. Das ist ganz logisch, denn je größer der ist, desto mehr Zinslasten, Pacht und Dividenden und auch umso mehr Preiserpressung am Rohstoffmarkt ist möglich. Die Banken spielen da auch schicksalhaft mit. Sie haben durch Wertpapierankäufe erst überhaupt so viel Geld in diesen Finanzsektor hineingetragen. Heute wird also neues Geld überwiegend durch Wertpapierankäufe der Banken geschöpft. Das heißt, die Bank gibt sich selbst Kredit, kauft dann mit Wertpapiere und dabei bleibt eine Bankbilanz vorerst auf Null, weil sie diese Wertpapiere, die sie gekauft hat, als aktiver und die Kredite, die sie sich selbst gewährt hat, als passiver in die Bilanz eintragen kann. Natürlich rechnet die Bank damit, dass dann die Wertpapiere irgendwann an Wert gewinnen und da eben positive Erträge zu erwirtschaften sind. Das hat sich eben nicht als richtig erwiesen. Mit der Spekulationsblase sind dann die Banken in Schwierigkeiten gekommen, wie wir wissen. Ja, diese blauen Pfeile auf diesen Grafiken, die zeigen jetzt Geldflussgrößen. Ja, was kann das sein, Geldflussgröße? Das könnte man messen in Euro pro Stunde, pro Zeit. Also wie viel strömt von dort nach da. Und genau diese Einheit wird eigentlich in unserem Finanzsektor nicht sinnvoll erfasst, zumindest überwiegend nicht. Und damit steht die Volkswirtschaftslehre vor dem Problem eines Elektrotechnikers, dem das Voltmeter fehlt. Dem geben wir eine Verschaltung, er soll erforschen, wie die funktioniert, aber wir lassen das Messgerät nicht. Hier müsste also auch einmal konsequent gefordert werden, dass Geldflussgrößen erfasst werden, damit man weiß, wo Geld überhaupt herumfließt und hinfließt. Zwei Volkswirtschaftsprofessoren möchte ich hier erwähnen, die sich um die Simulation des Systems bemühen. Das ist zum einen Professor Peter Fleißner aus Wien und Professor Jürgen Krämer aus Koblenz. Die versuchen diese Lücke, nämlich dass eben diese Geldflussgrößen nicht ordentlich erfasst werden, durch diese Simulationen zu schließen. Und interessanterweise fanden beide über ihre Simulationen zur Zinskritik. Ja, die Geldflüsse werden nicht generell nicht erfasst, sondern eben nur innerhalb von Banken nicht. Wenn einmal etwas über die Währungsgrenzen hinausgeht, dann werden sie sehr wohl erfasst und hier haben wir eine Statistik dazu. Diese Statistik zeigt, wie viel von den Foreign Exchange Transactions überhaupt spekulativen Zwecken dient und wie viel davon realwirtschaftlichen Zwecken dient. Das heißt, wie viel dieses getauschten Geldes an den Währungsgrenzen ist denn überhaupt für den Warenhandel notwendig? Und das ist dieser blaue Balken oder dieser blaue Sockel, den wir da in der Grafik unten sehen. Alles was hellblau ist, dient spekulativen Zwecken. Jetzt können wir uns fragen, warum da so ein Knick in der Grafik ist und 1998, nun ganz einfach, es werden ja hier Gelder erfasst, die über Währungsgrenzen hinweg gehen und da dann der Euro entstanden ist, sind natürlich die innereuropäischen Währungsgrenzen verschwunden und so ist erst einmal diese Statistik rückläufig gewesen. Inzwischen haben sich die Spekulanten daran gewöhnt, dass sie außerhalb der europäischen Grenzen sozusagen handeln müssen und es wird gehandelt, größer als eh und je. Schauen wir mal, wie viel denn überhaupt von den Bankkrediten realwirtschaftlichen Zwecken dient. Hier eine Frage von Ben Dyson, der auch über die Geldordnung referiert und zwar im englischen Sprachraum und die Statistik betrifft deswegen Großbritannien, aber es ist bei uns nicht viel anders. Wir können natürlich jetzt schon raten, es sind die 8%. 8% der Kredite werden für etwas Nützliches vergeben, schreibt er dahin und die anderen 92% der Kredite dienen dem Spekulationswesen. Das sind also zum Beispiel diese Wertpapiere, die Banken aufkaufen. Ja, wir haben hier diese Statistik schon gesehen. Wir können sie eben hier nochmal betrachten und etwas anderes daraus herausinterpretieren. Es ist nämlich hier auch die Geldmenge M1 verzeichnet. Was ist denn M1? M1 ist die Geldmenge, welche der Realwirtschaft als Transaktionsmittel zur Verfügung steht. Das heißt, es sind unsere Giralkonten und es ist das Bargeld, mit dem wir handeln. Wir sehen, dass dann über diese Geldmenge M1 sich ein Riesenvolumen an Geldvermögen aufgebaut hat. Die Geldvermögen sind wesentlich größer als die Geldmenge. Wie kann das sein? Dies ist so zu erklären, dass es sich bei den Geldvermögen also nicht um Giralkeld handelt, sondern um gebundene Gelder, die den Vermögenden zwar zustehen, die aber die Bank jetzt im Moment gar nicht zur Verfügung hat. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass den Vermögenden immer die Schuldner spiegelbildlich zur Verfügung stehen. Die Schuldner haben aber für die realwirtschaftliche Tätigkeit nur die Geldmenge M1 zur Verfügung, sollen aber damit Schulden erwirtschaften, die weit über diese Geldmenge hinausragen. Hier diese Statistik zu den Geldvermögen einmal genauer aufgeschlüsselt. Es gibt also da das Bargeld, das hier als schwarzer Sockel dargestellt ist, darüber die Sichteinlagen, die wir auf unseren Giralkonten haben und dann darüber alle möglichen Formen von längerfristigen Geldanlagen, die dann die Summe der Geldvermögen ausmacht. Ja, dieses exorbitante Wachstum der Geldvermögen, dem dann die Schulden gegenüberstehen, das ist hier in der Grafik einmal anders aufgeschlüsselt, nämlich in Relation zum GDP, das ist das Bruttoinlandsprodukt, englischsprachiger wissenschaftlicher Artikel von Gunter Dichy und wir sehen hier eine strichlierte Linie mit schwarzen Punkten, die über alle anderen hinauswächst. Das ist also dieser Finanzsektor und er macht also den Großteil der Schulden und Geldvermögen, während sich das Government da als blau dargestellt relativ zahm gibt und auch die privaten Haushalte. Rote Linien können da bei weitem nicht mithalten mit dem, was der Finanzsektor an Schulden und Geldvermögen produziert. Ja, ich habe unten zwei Adressen angegeben. Das eine ist eine Adresse, wo Sie eine Bankbilanz einer kleinen Genossenschaftsbank finden, nur um einmal überhaupt zu sehen, dass diese Idee, Banken würden irgendwie das Geld ihrer Sparer an die Krediten immer vergeben, dass diese Idee auf unsere heutige Bankssituation nicht mehr zutrifft. Die größte Bilanzsumme dieser Bank sind also Wertpapierankäufe und das ist bei keiner Bank anders. Man kann natürlich das einmal ganz prinzipiell in Frage stellen, ob denn eine Bank neu geschöpftes Geld durch Wertpapiere decken sollte. Wertpapier ist selbst nur ein Versprechen, man deckt hier ein Versprechen, nämlich das Geld durch ein anderes. Wir sind der Ansicht, dass Geld nur durch das Leistungsversprechen von Kreditnehmern gedeckt werden sollte und durch seine Pfandgüter gesichert werden sollte. Damit führen wir also den Geldwert direkt auf realwirtschaftliche Leistungen zurück und nicht auf irgendwelche Versprechen, die wieder durch Versprechen und durch Versprechen gedeckt sind. Nikolaus Hofer spricht in seinem Vortrag zur Geldordnung das Thema an, das ist dieser ganz untere Link, ein sehr versierter Redner, der Ihnen darstellt, wie Banken zu Ihren Bilanzen kommen und wie Geld heute entsteht. Ja, wir haben also einen Finanzsektor, der über alle Maßen wächst. Der setzt Staat und Wirtschaft unter Druck und wir müssen erkennen, dass Staat und Wirtschaft nicht weiter als Gegenpole dargestellt werden dürfen. Sie müssen sich in ihrem Interesse verbünden, um dieser Finanzbranche einen Gegenpol zu bieten. Das ist natürlich noch gar nicht erreicht. Heute haben wir immer noch dieses Denken, entweder Sozialismus und der Staat wird stark oder Liberalismus und die Realwirtschaft und die Wirtschaft wird stark, dass wir eigentlich vor einer Situation stehen, wo man diesen Gegenpol nicht zwischen Staat und Wirtschaft ziehen sollte, sondern zwischen denen die reale Leistungen erbringen und das ist unter anderem eben auch der Staat, er verwaltet unsere ganzen Schulen, unsere Straßen und so weiter und eben die Realwirtschaft. Zwischen denen und der Finanzbranche, die keine reale Leistung erbringen, ist die eigentliche Kluft zu suchen. Und das wird sehr schnell an einem Beispiel klar. In den zwei Jahren nach der Krise summierten sich die Wall Street Boni bereits wieder auf 63 Milliarden US-Dollar und damit sie eine Vorstellung davon kriegen, was das ist, man könnte damit den Burk Khalifa in Dubai 42 Mal errichten. Dieses Gebäude ist so groß wie eine Kleinstadt und es wäre eigentlich von der Wirtschaftsleistung gar nicht möglich, 42 solche Kleinstädte in einem Jahr zu errichten. Dieser Artikel zum Bonuswahnsinn, den finden Sie unter diesem Stichwort auf www.spiegel.de. Ja, was können wir jetzt machen? Hier einmal ein bisschen eine amüsante Darstellung. Was wird gemacht? Nun, es wird gerettet. Natürlich wird gerettet durch den europäischen Stabilitätsmechanismus. Ja, wo kommt denn das Geld her, das in diesen Mechanismus hineinfindet? Nun, das kassiert der Staat natürlich bei den Steuerzahlern. Und woher nehmen die Steuerzahler das Geld? Nun, die Steuerzahler, das ist die Realwirtschaft. Und wen rettet jetzt der ESM? Nun, der rettet ja die Bankenarme. Und die Bankenarme sind notwendig für die Realwirtschaft. So wird argumentiert. Was aber, wenn die Bankenarme direkt in diesem Geldanlagemarkt ausbluten? Dann rettet eigentlich der Staat mit dieser Methode nur den Geldanlagemarkt. Das haben nun einige bemerkt und fordern also eine andere Behandlung des Patienten Realwirtschaft. Die werden wir uns gleich anschauen. Der sozialistische Ansatz, der fordert Vermögenssteuern. Vermögenssteuern, nun, das ist wie so ein externer Blutkreislauf rund um den Patienten herum. Das, was in den Geldanlagemarkt wandert, wird besteuert und das wird dann wieder diesem Patienten Realwirtschaft zugeführt. Dann gibt es auch noch Alternativen, die fordern also, dass jetzt eine Inflation ausgelöst wird, indem also die Geldmenge gesteigert wird. Nun, das wird ja auch schon fleißig gemacht, aber es bewirkt etwas sehr Eigenartiges, nämlich nicht das, was man sich erwartet hätte. Natürlich versauert diese Inflation irgendwie das Geld in der Form, dass es an Kaufkraft verliert. Und das ist hier dargestellt, indem also dieser Geldanlagemarkt mit dieser grünen Flüssigkeit, die da aus unserem Patientenmund herauskommt, durchsetzt wird. Schauen wir uns jetzt an, warum das mit der Inflation so schlecht läuft. Nun, die klassische Lehre von Inflation ist die, dass durch diese Vermehrung der Geldmenge Geld in die Realwirtschaft kommt und dieses flutet die Realwirtschaft und dadurch entsteht übermäßiger Konsum und dann wird gekauft, die Regale werden leer gekauft. Da bemerken natürlich die Händler, dass sie jetzt die Preise in die Höhe setzen können und diese Preisanstiege, die erlauben den Händlern und auch den Produzenten, da waren natürlich erhöhte Gewinne und das erlaubt ihnen auch höhere Löhne auszuzahlen und so entsteht wieder ein Kaufkraftgewinn und das alles relativiert die einstigen Schulden und Geldvermögen, denn die gestiegenen Preise in Relation zu diesen sind die Geldvermögen nicht mehr das gleiche Wert wie früher. Das bedeutet, dass die Vermögenskluft sinkt. Was wir aber heute durch die ganz gestiegene Geldmenge erleben ist irgendwie anders und das liegt daran, dass dieses Geld gar nicht erst in die Realwirtschaft kommt. Dieses neue Geld, das bringen die Banken durch Wertpapierankäufe direkt in den Geldanlagemarkt sozusagen ganz an der Realwirtschaft vorbei. Was passiert dann? Dann entsteht ein Aufkauf aller Ressourcen durch Spekulanten, die erpressen dann natürlich hohe Rohstoffpreise und Grundstückspreise von den Unternehmen und die verschuldeten Unternehmen, die müssen dann ihre Zinsen wieder auf die Warenpreise aufschlagen. Das bedeutet, die Waren werden teurer, die Kaufkraft sinkt, weil das Geld ja nicht da ist für irgendeine erhöhte Kaufkraft, das ist ja nicht beim Konsumenten gelandet und das bedeutet letztlich, dass die Vermögenskluft steigt und das ist, was wir erleben. Also wir dürfen nicht auf diese positive Wirkung von Inflation hoffen. Das Geld landet einfach am falschen Ort. Ja, wenn das Geld am falschen Ort landet, dann kommt die Realwirtschaft, wie wir gerade gesehen haben, in Schwierigkeiten. Sie kann die Forderungen des Finanzsektors nicht mehr erfüllen und was passiert dann? Nun, dann kommt es zu Insolvenzen und hier haben wir also eine Insolvenzstatistik, wenn die Realwirtschaft ihre Kredite nicht mehr tilgen kann, dann kommen letzten Endes selbst die Banken in Schulden. Sie erleben Kreditausfälle und diese Kreditausfälle, das ist die eigentliche heutige Bankenkrise. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob verschuldete Staaten die Macht haben, das Finanzsystem zu reformieren. Staat und Realwirtschaft sind Leidtragende der Ausbeutung durch das Finanzsystem und wir sind der Ansicht, dass sie durchaus Möglichkeiten haben und diese Möglichkeiten will ich im nächsten Video erörtern. Ich danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch das zweite Video von Banken in die Schranken ansehen.